Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Walking Dead Season 2. Im letzten Part haben wir es durch die Streune durchgeschafft, sind im vierten Kapitel angekommen und jetzt steht uns ein wahrscheinlich nicht ganz so lustiges Gespräch mit Kenny vor. Ich denke, dass ich nicht wissen, was ihr da vor allem über da sind? Was ist mit Kenny? Warum ist Kenny in diesem Fall? Du denkst, dass Kenny okay ist? Das ist alles, was ich von jemandem hören kann. Kenny, ich bin so sorry über Sarita. Sorry, huh? Tja, dann wäre es jetzt tot. Ich versuchte, sie zu retten. Du denkst, dass du ein Mädchen klein kannst, dass du die Leute zu töten und niemand will das? Dass du, dass du, dass du, dass du alles magisch wegkirgst? Das ist nicht so, wie es funktioniert! Nicht für die letzte Mal. Juste weg hier und ich alleine. Ich bin verrückt, einfach hier nicht zu tun. Geh es Zeit, Mike. Es ist noch früh. Clem, wie geht's? Es geht nicht. Wir müssen ein Plan sein. Clem ist richtig. Especially mit dem Baby auf der Weg. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir müssen uns nicht genau sagen. Wir haben keine Essen, keine Wasser. Es wird kalt. Und wir verlieren die Sonne schnell. Wenn die anderen zurückkommen, sie wissen, was zu tun. Luke hat ein Plan. Darth Kenny hat ein Plan. Mike, Bonnie. Mike hat ein Punkt. Man kann nicht nur aufsuchen. Es sind sehr schwer, und bald ein Baby auf deine Hand. Was? Was? Du sprichst auf dich? Was? Du schaffst auf dich? Du schaffst auf dich? Du schaffst auf dich? Das war der Ort. Wir müssen hier bleiben und versuchen, es sicher zu machen. Clementine ist richtig. Wenn wir hier rauskommen, sie nicht finden können. Okay. Okay. In der Zwischenzeit, ich nehme Clem, und wir können nach dem Weg gehen. Wir sehen, ob wir ihn finden können. Clem hat sich gut gehalten, nach Carver. Ich will sie auf meine Seite. Wenn sie leben können, sie nicht weit entfernt werden können. Wir können sie finden. Eine Art oder andere. Danke. Danke. Danke, Rebecca. Wenn irgendwas falsch ist, hast du etwas zu schützen? Ich habe das. Du glaubst nicht ich muss... Ich weiß, aber besser du das in der Zwischenzeit wiederum. Komm her, Clem. Also die Jane, die mag ich auf jeden Fall schon mal. Schau, ich bin auf einem Level mit dir. Ich habe nur einen Entschuldigung, um da rauszukommen. Und du solltest wissen, dass du deine Freunde findest. Das ist ein Schuss im Schuss. Ich weiß nicht, dass wir nicht aufhören, bevor wir noch mal schauen. Okay, aber ich wollte dich mit dir sprechen, entfernt von ihnen. Du hast nicht so weit geschafft, wenn du nicht so smart. Aber ich habe immer noch... Ich muss dich nur sagen. Das Gruppe ist schrecklich. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, bevor. Und, naja, oft ist es besser sein, wenn du selbst bist. Ich weiß, dass du siehst, was ich spreche. Ich habe es gesehen, wenn du dich mit dir bist. Du hast genug Menschen verletzt, und alles, was du hast, sind die Verletzungen verletzt. Ich habe es gesehen, wenn du dich mit dir bist. Ich habe es gesehen, dass du dich mit dir bist. Das ganze Zeit? Natürlich nicht. Aber manchmal musst du lernen, wie du dich mit dir lernen kannst. Ich versuche, dass du diese Probleme schrecklich bist. Du bist mit dir bist. Aber die Gruppe zerreste. Die Menschen werden zerstört. Dann, warum hast du mich mit dir gebracht? Ich versuche, dir die Tools, die du hast, um es zu machen. Wie dein Jacket. Es sieht warm, aber ein Walker wird gleich durch das. Meine Schöne, Jamie, hatte eine gute Leitere. Ich wünsche mir noch es. Du kannst nicht... Was... was passiert mit deinem Freund? Es scheint, dass wir immer noch über die Ende sprechen wollen, nicht wahr? Nein, nein, nein. Du bist eine große Schöne ist... Es ist lustig. Es ist wirklich leicht zu sein. Oh? Du bist, siehst du, 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 siehst du. Ich meine, ich habe das Schöne. Ich dachte, ich sollte es rauskommen. Ist das wirklich so, eine Schöne? Nein, nein. Es ist nicht alles schlecht. Aber... Was konnte ich machen? Sie dachte, ich war ihr beste Freund. Ich konnte nicht... Unpunished. Hm. Every Sommer, wir gehen in dieses Amusement Park in Virginia. Aber die beste Sache war nicht die Rides. Es war, dass niemand uns da wusste. Und ich... Ich versuchte, dass wir keine Schöne sind. Nur... Freunde. Die Schöne sind... ... Das ist nicht zurückgekommen. Mal sehen, was er noch hat. Ja, wir müssen ihn anschauen. Aber du weißt, warum, nicht? Nur weil sie frisch sind. Schau mal. Die alten Walkers sind ein Verbrauch von Zeit. Sie halten Kreditkarte und die alten Pagern. Aber diese waren nicht Walkers so lange vor. Sie waren Survivors. Die können ja recht haben. Mal sehen, was er noch hat. Ich schaue das hier. Schau mal, was er noch so hat. Schau mal, was er noch so hat. Ah, die werden wir nicht brauchen. Findet ihr was? Nichts, was wir nutzen können, richtig? Hm, ich glaube, sie würden auf jeden Fall sehr gut sein. Für ihn zumindest. Ja, dann wenden wir ihn mal, oder? Ja. Schau mal. Schau mal. Dankeschön. Also, hat deine Kruise immer so schlecht gemacht? Du hast da drin, aber du nicht so wie sie. Das macht mich fragen. Ich habe eigentlich nur mit ihnen ein paar Zeit. Ich weiß nicht, was es war, bevor ich da bin. Aber Kenny war anders. Ich weiß das. Das ist es. Ein Nailfile. Diese Dinge sind großartig. Schärfen eine Blade, eine Flinke. Jamie hatte immer einen in ihrer Brust. Sie schraubten meine Hand, wenn ich in die Richtung ging. Die Alte kennt sie echt aus. Und sie ist vorsichtig. Ich kann nie zu sicher sein mit diesen Dingen. Hier, gib mir eine Hand. Und einmal wenden. Die Gläser. Sie sind Sarah. Sie sind Sarah. Sieht ihr Freund nicht. Entschuldigung. All we know ist, dass sie hier war. Es könnte ein gutes Zeichen sein. Geh, Clem. Ich weiß, was du sagen willst, aber... Get off! Sarah! Goddammit! Shit! Okay, komm mal. Wir müssen einen Weg finden. Es sieht aus, wie es eine Eröffnung gibt. Oh, nein. Unser Gruppentrottel. Es ist Nick. Es war aber klar, dass es den erwischt. Schau, er ist dein Freund. Wir sollten das machen. Machen wir halt unseren Gruppel. Unseren Gruppentrotteltod. Wir tun ihm schlussendlich einen Gefallen. Ah, komm. Der ist halt noch frisch. Hä, der hat echt Hirn. Hab ich nicht mit gerechnet. Aber jetzt ist es weg. Aber verdient hat er das nicht. Aber der hat unsere Gruppe. Aber der hat unsere Gruppe. Einen Freund, oder jemanden, der muss sich verletzt werden. Du musst es bereit sein. Keine Hütterung. Du kennst das, oder? Ich weiß. Ich habe das vorher gemacht. Das Hachet von deinem. Sieht, dass es ziemlich schnell getrunken wird. Es wird dich getrunken. Hier, benutze das. Hm, Eispickel. Gute Idee. Sehr effektiv. Wir können das machen. Aber gut. Nick hat unsere Gruppe echt in Gefahr gebracht. Okay. Just, calm down. Sie klingen nicht zu gut. Die Klappe ist klingend. Ich bin bereit. Ich weiß, wie du bist. Wir müssen einen besseren Blick bekommen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wie geht's? Du bekommst den nahen, und ich habe den Faden, um den anderen zu bekommen. Geh auf. Ich bin nicht dein Haushund. Komm schon noch auf den Kopf. Und die Sarah, die ist so bescheuert. Du weißt, was du machst. Jetzt schau dir das. Ich habe eine schöne kleine Aktion in deinem. Arsenaal. Schau dir die Knappen erst. Und dann? Schau dir ein Knopf in die Hände, wenn es unten ist. Alles klar. Wir schauen uns, was wir auf dem Deck haben. So, wir gehen jetzt erstmal vorsichtig. Ah, okay. Ach, das kriegen wir hin. Erstmal machen wir den hier. Ah. Das ist aber klar, dass der noch lebt. Und wir können uns einschmieren. Ja. Die meisten dieser Leute werden nichts mit ihnen haben. Aber es ist wert, dich zu schauen, wenn es nicht zu riskiert ist. Terrell? Ich bin nicht. Ja. Schauen wir mal, was haben wir hier. Ja, gehen wir mal hin. Jetzt sind wir auf jeden Fall näher. Was haben wir hier? Okay, auf der Ladefläche haben wir schon mal nichts. Vielleicht haben wir was im Auto. Hoffentlich springt jetzt keiner raus. Okay, Schlüssel ist weg. Vielleicht die Hupe. Die Hupe könnten wir benutzen. Dann würden die da weggehen. Scheiß drauf. Wir wollen keine Ruhe machen, bis wir mit diesen Leuten haben. Okay. Ich dachte, vielleicht lenken wir sie damit ab. Ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht hin. Dann haben wir nicht viel andere Wahl, oder? Und... Ja, der Trick ist... Der ist awesome. Okay, jetzt brauchen wir die Hupe. Da hinten hat einer einen Helm auf. Das ist nicht so gut. Okay. Wie wir die, wie wir die herkriegen, weiß ich schon. Wir benutzen die Hupe. Kann ich jetzt noch irgendwas mit dir quatschen? Okay. Gut. Wir gehen zur Hupe. Aber der Zombie mit dem Helm, der macht mir immer noch Sorgen. Das ist gut, aber wir müssen es irgendwie weitergehen. Okay, dann müssen wir mal rausgehen. Irgendwas, mit dem wir die Hupe schauen. Wir schauen uns uns erst mal an. Ja, die zerschlagen halte ich für keine gute Idee. Was machst du denn? Warum machst du das? Was denkst du? Wenn wir ihn auf dem Horn legen, wird er weiterhelfen und die Walkers drehen. Ja, ich denke, das ist ein guter Plan. Was kann ich tun? Ich meine, ewig Zeit haben wir nicht. Die Hupe wird irgendwann mal durchbrennen, aber wenigstens ein bisschen Zeit. Aber der Helmkerl da hinten, der wird uns echt ein Problem machen. Wir arbeiten mit dem Italienmusik. Komm schon. Oh, oh. Oh, oh. Hinter uns. Wir können uns nicht schützen. Komm schon. Fuck. Wir müssen es schieben. Und was? Komm schon, komm schon. Hilf mir, das blocken, schnell! Sarah, bitte! Wer ist da draußen? Luke! Clem? Oh, danke Gott. Hat er dich gefunden? Er hat einen Weg gemacht. Er hat Hilfe gefunden. Ich... ich sah ihn draußen. Schau, er war da draußen, aber wir haben ihn geholfen. Du weißt... Scheiße. Scheiße. Ich hörte, dass ihr alle durch die Tür bangen... Luke, wo ist Sarah? Ach... Ich weiß nicht, was zu tun mit ihr. Was ist das Problem? Du musst dir helfen. Sie wurde gebissen. Sarah, schau. Schau, sie ist ein Klauen. Sie sehen? Es ist so, wie ich dir gesagt habe. Sie sind okay. Sarah, komm schon. Wir müssen jetzt gehen. Was sie bitten? Sie holen sie? Nein, sie ist nicht bitten. Sie ist einfach... Ich weiß nicht was zu tun. Ich kann sie nicht wegnehmen. Okay, ich versuchte sie, aber ich glaube Carver hat mich ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist einfach nach Carlos, sie hat es verloren. Sie hat es verloren, wie ein Manniak. Ich habe sie vor, ich weiß nicht, wie lange. Und dann, als sie sah, dieses mobile home machte eine B-Line für sie. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir sind noch nicht aus den Klauen. Was werden wir tun mit ihr? Wir müssen etwas machen. Vielleicht wird sie mir hören. Vielleicht. Vielleicht. Hör, ich äh... Sie werden dieses Ort sehr schnell öffnen. Wir können nicht bleiben. Also, wir müssen sie hochladen oder wir müssen... Ich habe es versucht. Ich habe es für Stunden versucht. Ich kann sie kaum versuchen, sie zu mir zu sehen. Clam? Komm, wir versuchen es. Wenn nicht, lass mir sie zurück. Sarah. Es ist mir. Hi. Gut, das klappt schon mal nicht. Scheiße. Dad. Du hast dich schon neu. Aber du bist nicht. Ja, ich bin. Aber du bist so. Aber du bist. Bei Luke, und Jane und ich? Wir kamen hier wegen dir. Wir sind wir, weil du. Wir sind in der Gruppe. Wir fahren jetzt deine Familie. Huft. Wir sind deine Familie. Ja. Oh, dann lassen wir sie hier. Oh, dann lassen wir sie hier. Komm schon, ich werde dich stärken. Was ist da los? Meine Rippe. Wir brauchen etwas, das zu stehen. Luke, komm hier, hilf mir, das zu halten. Clem, siehst du, was du finden kannst. Können wir das an? Es ist nicht groß genug. Okay, was haben wir denn? Kühlschrank. Der Kühlschrank. Vergiss es. Das Ding ist nicht füllen. Find etwas anderes. Können wir das anbauen? Ja, das würde funktionieren. Was? Okay, bereit? Auf drei. Eins, zwei, drei! Mann, ich will Jane nicht verlieren. Ich mag die voll. Wegen dieser beschissenen Kack-Sarah. Clem, Clem, hilf sie! Hilf Jane! Okay, geh, geh! Keep pushing, geh! Das Problem ist, die Tür geht jetzt halt nicht mehr zu. Komm schon. Sarah, entweder du kommst, oder du bleibst. Okay, komm schon! Clem! Sarah, wir müssen gehen. Hört ihr? Jetzt, Clementine! Wenn sie nicht gehen will, kannst du sie nicht machen. Geh sie! Lass sie dich auch runternehmen. Nicht wieder. Nein! 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 Wir hatten keine Wahl. Okay, es gab nichts, was wir tun können. Es gab nichts, was wir tun können. Es gab nichts, was wir tun können. Komm schon. Tja. Wie gesagt, das ist vorher schon wegen hier schief gelaufen und jetzt schon wieder, ne. Das schwächste Glied fliegt halt in dem Fall einfach. So meine Freunde, aber an der Stelle machen wir jetzt einen Cut. Wir sind eh schon ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao!